naja irgendwann haben wir genug redstone aber genug diamanten zum beispiel ist unwahrscheinlich ich denke ich mache es mal kurzfristig so dass oben orange ist das heißt alles was der jetzt produziert ein gravel und sand wird da ein system gepackt was wir kriegen jetzt kein das mehr weil ich das ding umgestellt habe das sollte ich mir merken nicht dass ich mir später wieder unter warum haben wir kein dust so zählen wird gerüttelt und wir haben 17 stext das das reicht erst mal eine weile würde ich sagen das heißt es müsste jetzt nach und nach wieder gröbel ansammeln ein gröbel vakuum aber nein und der gröbel füllt sich gut das heißt die 17 stext das werden abgearbeitet und dann nur noch kräfte richtig schön für diamanten bekommen und redstone haben wir da ein stack drin und hier noch ein stack das reicht also dieser können wir schon einsortieren jemanden das da das da das da das da ganz viel sludge sand ich hätte gerne sand zwei stacks ich hätte nämlich gerne ganz viel glas damit wir mehr tanks machen können für sludge also ein stack hier rein ein stack hier rein und in ein zwei folgen nachgucken gehen die tools können wir hier drin lassen wir brauchen jetzt noch nichts ich werde überlegen was wir jetzt brauchen um hier hinten die farm zu machen aber du brauchst mir gar nichts besitzen wir einfach nur wir brauchen die plattform unten ja das ist ein dezentes detail das heißt zauberstab cobblestone ja wir haben alles für haben langsam genug holz das ist sehr schön wenn wir gerade so viel holz haben komm mal her dann hätte ich nämlich endlich auch mal genug kohle ganz gerne kohle kohle plastik raus kohle plastik aus plastik dich brauchen wir doch nicht weil rubber verarbeiten wir immer gleich weiter zu plastik kannst du weg du kannst dafür dahin und du kannst zugemacht werden sie jetzt runter plattform bauen runter da haben wir noch gar nichts gemacht das ist ärgerlich wir müssen jetzt mit den rahmen setzen das ist aber nicht schlimm weil wir haben die anhaltspunkte von einer plattform also hier lang hier lang hier lang hier lang und wenn wir die ein linie fertig haben das wasser könnten problem werden mit wegspülen gleich mal gucken aber wenn wir die einlinie jetzt fertig haben dann müsste eigentlich der zauberstab das erkennen aber ich weiß nicht ob das so lange reichweite hat einen noch so zauberstab zeig mal was du kannst mua haha sehr gut sehr sehr gut das spacht tierisch viel zeit jetzt müssen wir nur noch die mitte finden und das wasser umgehen das heißt wir fangen hier an und nach rechts und nach rechts so wir müssen jetzt schon über die mitte rüber sein und komplett ist aus und überall ist rot gut licht 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 hier ist die mitte 1 2 3 4 5 6 ich vergesse immer wieder was für eine größere plattform haben 1 2 3 4 5 6 7 8 also 17 mal 17 da war was ich brauche mehr koppel nom 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 also hier fängt es an 1 2 3 4 5 6 7 8 und dann hätte ich hier gerne den mittelpunkt markiert da das hier kann alles aufgefüllt werden das und das das wasser was machen wir damit ich glaube das mache ich kurz von hand mach da einfach so einen kleinen rahmen drumrum und da können wir das später irgendwie ne wird hier von unten durch die maschine später blockiert also es fließt nicht ganz runter ich habe nur keine lust dass wenn ich jetzt hier mit der Schifftaste am Rand rumhantiere dass dann plötzlich ein Wasserschwall ankommt und mich runterspült das wäre nicht so toll so jetzt müsst ihr Zauberstab weitermachen können das heißt einfach von hier hinten acht mal drücken einmal dreimal dreimal viermal fünfmal sechsmal siebenmal achtmal das müsst ihr jetzt hinhauen das ganze wiederholen wir hier dann müssen wir neunmal drücken wiegen Mitte mit dazu eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neune sehr schön zu und zu und die Plattform ist fertig boah das hätte ohne den doofen Zauberstab bestimmt zwei Folgen gedauert und wir haben kein licht warte mal dich können wir wegnehmen du bist red und dampf die ist jetzt ne der hin schön also da müssen wir hoch ganz schön wie machen wir das am besten ja ein Peil so genau also du warst falsch du kannst zu das hier war die so kann man das Problem natürlich auch lösen das Wasser einfach weg so du warst die Außerkorene Mitte richtig eins zwei drei eins zwei drei ja hier kommt das Wasser hin unter das Wasser kommt der Planter so müsste auch schon richtig rum sein und unter den Planter kommst du und unter dir kommt das Fluidact oder neben dir auf dem auch machen wir es eher so wie da hinten und bei dir stellen wir dann nur noch ein was reingepackt werden soll wahrscheinlich Weed damit wir Toastbrot machen können damit wir diese 10.000 Toastbrot Quests irgendwann später auch mal angehen können das heißt hierzu hierzu ähm haben wir noch Fluidacts 35 sollte eigentlich reichen oder guck mal so komm ich von hier aus nee warte machen wir es aber wie Münchhausen wir ziehen uns im eigenen Schopf aus dem Sumpf angabeln oh noch mehr Gabel okay andere Seite da da machen wir uns hinter uns wieder weg ist geplant ist geplant das gehört so das kann auch alles weg so dann gehen wir von hier aus auf den vor uns platzierten Rohren da hinten hin das ist aus der richtigen Höhe einen noch hier muss wieder weg ist doch ganz schön massiv die Startplattform und manche Stellen zumindest so hier richtig das ist die Mitte des Blockes ja ist okay ah 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 denke da ein Geogon Shift funktioniert nur bedingt auf den doofen Rohren und da ist gleich ein Loch alles gut kleiner Finger verkrampft sich jetzt schon an der Shift-Taste ich kann nämlich nur drei leben ja ich werde immer langsamer weil ich vorsichtig bin jetzt kommt der Knackpunkt okay wenn ich jetzt runterfallen sollte drücke ich einfach ganz schnell nach hinten dann falle ich auf die Plattform ja okay 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 alles gut du 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 da ist so ein dober Knick drin und kriegt Strom du kannst ruhig da abladen also hier lang hier lang hier lang schwarzen Blöcke aufsammeln bisschen was essen aber auch unbedingt Tonnen von Toastbrot das ist so nervig andauernd wieder Melonensaft zu trinken weil er bringt immer nur ein Toastbrot deswegen sind es zwei hoch so wir hätten gerne Samen Samen die da Bio da sind die Samen achso und einmal mit Wasser wäre nicht schlecht Tja Lava wieder kein Platz können wir ich glaube das ist keine gute Idee also wir können es einfach hier reintun Lava in Lava schmeißen so also ein Block Wasser schon wieder vier Sticks Holz guti so da ist der Planter also weg weg alles weg hier soll gleich Weizen hin weg 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 alles weg so das heißt ich packe jetzt einfach nur hier Weizen hin tu das rein und er müsste daraus überall Weizen machen einziges Problem ist er hat noch keinen Harvester und so weiter aber oh und er hat noch kein Upgrade er braucht ebenfalls ein Eisen Upgrade äh okay das machen wir noch kurz brauchen wir Plastik für brauchen wir Redstone für Eisen haben wir noch okay 1, 2, 3 und ein Gold Nugget Gold Nugget da so Gold Nugget Redstone Redstone Plastik Eisen und dann müsst ihr die komplette Fläche welche da an Dirt bepflanzen und klick das Ding ist echt super und ich bin am Verhungern du da du da nom nom so das Zeug ist jetzt aber nicht irgendwie bewässert das heißt es wird nicht besonders schnell wachsen das können wir ändern indem wir hier einen Sprinkler hinbauen also aus dem Wasserblock machen wir ein wie machen wir das am besten bin ich mir noch nicht ganz sicher also einen Sprinkler kann man auch auf einen Wassertank draufsetzen der Wassertank müsste erstmal von irgendwo befüllt werden und wir haben da gerade keinen Zugang mehr weil drunter ja der Planter steht was gibt es denn noch so Mine Factory Reloaded Mine Factory Chronotyper Auto Enchanter Grinder Veterinary Station Item Collector Block Breaker Weather Collector Sludge Boiler Sewer Composter Breeder Fertilizer Fertilizer müsste das sein was ich brauche das heißt wir würden den Fertilizer irgendwo hier hinstellen und den befüllen wir dann mit Boon Meal und der obwohl Fertilizer kann auch fruchtbar Machung von Tieren heißen ne das wäre der Breeder also Fertilizer müsste das sein den müssten wir nur von unten mit Item Ducks befüllen mit Boon Meal wobei wir so schnell kein Boon Meal bekommen ich gucke mal ganz kurz wie viele oh ich gucke mal ganz kurz wie viele Knochen wir inzwischen bekommen haben na das könnte doch gehen vor allem da kommt ja noch mehr Boon Meal raus aus jedem Knochen ja ok das heißt wir müssten dann auch hier oh das wird kompliziert ok wir machen hier ein Rohr zwischen das Rohr hat dann an den Rohr in Barrels die Barrels pumpen das ab lassen das unten rumlaufen dann müssen wir es irgendwie hinbekommen dass aus den Knochen Boon Meal gemacht wird und ich glaube es gibt kein Auto Crafting Table also das müssten wir irgendwie von Hand machen na gut da überlege ich mir was aber wir haben diese Aufnahme Session also die letzten vier Folgen gut was geschafft wir haben den Harvester hier zum Laufen bekommen also weiter zum Laufen bekommen und getestet wir haben den Plan da unten gesetzt wir haben die Crucibles Baum wir haben die Crucibles erweitert wir haben die Plattform unten komplett aufgebaut die eine im Nullkommanix das war echt super und uns weiter um die Metalle gekümmert wobei wir hier noch ein paar ablassen könnten 9 18 27 jo müsste aufgehen Resonant Ende wir haben schon den ganzen Bucket da drin ja gut also für die nächsten Folgen was steht an wir wollen sehr schön wir gleich vollkommen weggrasiert wir wollen die Farm weiter automatisieren wir wollen endlich das MI-System eigentlich angehen das habe ich jetzt schon ein paar Mal vorgehabt und dann mich durch irgendwelche Bio-Sachen erlenken lassen aber wir haben Bio auch stark vernachlässigt wir hatten eine ganze Zeit lang uns nur um die Smeltery gekümmert und die Erze und so weiter und Bio gar nichts gemacht das ist glaube ich jetzt nur rechtens wenn wir ein bisschen was hier gemacht haben aber ja nächste Folgen versuchen MI-System anzufangen wenn das Ressourcentechnisch hinhaut und hier immer mal wieder ein bisschen was optimieren es ist jetzt einfach schon mal schön dass wir vor allem genug Holz haben für genug Kohle und etwaige Bauprojekte dass der Mob Tower endlich wieder das tut was er tun soll und nicht uns umbringt das ist auch sehr schön und das kleine Schandfleckchen hier muss noch weg aber ja wir haben wie immer viel zu tun wir sehen uns gleich wieder wie immer